Herzlich Willkommen auch an alle Recording-Zuschauer und an all diejenigen, die das Ganze auf YouTube sehen. Wir wollen mal rein starten mit der Präsentation. Heute soll es darum gehen, was es wirklich braucht, professioneller Trader zu sein. Und deswegen schon mal so die Frage vorab, wie lange bist du schon im Trading? Also wann hast du das erste Mal irgendwo von Trading gehört? Wann hast du das erste Mal deinen Metatrader runtergeladen? Wann hast du das erste Mal wirklich so für dich entschieden, okay, Trading ist eine Sache, die ich jetzt zumindest mal anfange. Ja, die zweite wichtige Frage ist, in welchem Zeitraum hast du dich wirklich verhalten wie ein professioneller Trader? Und da muss man halt ehrlich zu sich selber sein. Ja, habe ich wirklich jeden einzelnen Tag meine Chartwork gemacht, jeden einzelnen Tag dokumentiert, jeden einzelnen Tag gejournalt, jeden einzelnen Tag mich weitergebildert und mich wirklich jeden Tag so verhalten wie ein professioneller Trader. Und wenn die Antwort nein ist, dann ist es überhaupt nicht stimmen, dann kannst du es jetzt ändern. Ja, weil das ist immer mit Abstand das Wichtigste. Du kannst immer auf Reset drücken, immer neu diese Entscheidung treffen. Deswegen kannst du auch heute die Entscheidung treffen, professioneller Trader zu sein. Deswegen lasst uns mal darüber sprechen, was sind die Daily Action Steps, was sind die Punkte, die man eigentlich tun sollte, um professioneller Trader zu sein. Für mich sind es so drei Non-Negotiables, Dinge, die sind nicht verhandelbar. Ja, einfach Must-Do's. Ja, nicht To-Do's, sondern Must-Do's. Das eine ist Chartwork, Education und Journaling. Ja, jeden Tag seine Pre-Market-Analyse zu machen, Post-Market-Analyse, wöchentliche Reflektionen, Dokumentation, ein Weekly Outlook beispielsweise. Jeden Tag dazu lernen, neues Wissen über technische Analyse sich aneignen, über Trading-Psychologie zu dokumentieren. Einmal wirklich digital, dass man gewisse KPIs, gewisse Kennzahlen über sein Trading hat. Einmal händisch, dass man beispielsweise seine Emotionen reflektieren kann. Weil es in der, muss jetzt nicht so sehr in die Neurowissenschaft eingehen, aber deine Hand ist definitiv mit deinem Gehirn verknüpft. Und wenn du das Ganze händisch aufschreibst, dann kannst du es nochmal anders verarbeiten. Deswegen, es sind wichtige, wichtige To-Do's. Und ansonsten solltest du natürlich einen Trading-Plan haben, der wirklich detailliert ist. Ich habe für jede einzelne Session, für die London-Session, für die New York-Session, für die London-Close-Session, für einzelne Wochentage Swing-Trading, für einzelne Währungsparte. Ich habe immer genaue Trading-Pläne. Ja, und der Trading-Plan ist wirklich das A und O. Trading-Plan ist auch nicht verhandelbar, muss jeder Einzelne haben. Jeder, der sagt, er braucht keinen Trading-Plan, es geht auch ohne, der hat definitiv noch keinen Track-Record über mehrere Monate oder mehrere Jahre. Du kannst schon ein bisschen gambeln und damit Geld verdienen, aber du kannst definitiv nicht langfristig konstant profitabel werden ohne einen Edge. Ja, weil ein Edge bringt die Wahrscheinlichkeit auf deine Seite und wir haben im Trading diese Probabilities und das müssen wir einfach verstehen. Und deswegen plan your trade and trade your plan. Ja, deinen Trading-Plan solltest du 3 Uhr nachts in- und auswendig kennen. Und das ist auch sehr, sehr wichtig, dass du den Trading-Plan anpasst an deinen Persönlichkeitstyp, aber auch an deinen Lifestyle. Ja, diesen Trading-Plan beispielsweise, jetzt mal nur vom Schaubild her, seht ihr rechts dann auch in der Praxis. Und es kommt 2-3 Mal die Woche vor, trade ich unglaublich gerne in der London-Session und da sieht man einfach mal, wie das Ganze funktioniert. Trading-Journal, ja, einfach alles zu dokumentieren, egal ob das im Trading ist, egal ob das im persönlichen Leben ist. Ja, kennt ihr die Bodybuilder, die ihre Kalorien tracken, die sich ihre Gewichte aufschreiben? Wie sehen die in den meisten Fällen aus? Ja, also wirklich diejenigen, die es diszipliniert machen über mehrere Jahre. Was haben die für eine Physik? Ja, die wirklich dokumentieren. Ja, weil Jim Rohn meinte damals schon, what you document will grow. Ja, alles, was du dokumentierst, wird wachsen. Und ich kann euch sagen, Unternehmer kennen ihre Zahlen. Und wir alles sind Unternehmer. Auch wenn du sagst, hey, ich bin Trader, ich bin kein Unternehmer. Egal, ob du ein Business hast oder nicht, du bist Unternehmer. Warum? Weil jeder von uns unternimmt etwas mit und in seinem Leben. Deswegen sind wir alles Unternehmer. Die einen Unternehmen am Samstag irgendwie eine Kneipentour zu machen und sich komplett aus dem Leben zu schießen. Die anderen Unternehmen am Samstag eine Mastermind zu machen, zusammen mit Freunden, Geschäftspartnern, gute Talks zu führen, Trading zu reflektieren etc. Zwei ganz, ganz, ganz verschiedene Wege, die diese Menschen halt einfach einschlagen über die lange Dauer. Ja, auch ganz, ganz wichtig. Von einmal feiern, da wird niemand irgendwie jetzt aus der Bahn kommen. Aber wenn du es halt jedes Wochenende machst, dann ist es halt schon eher schwierig, wenn du es dir noch nicht verdient hast. Ja, wenn du irgendwann mal an dem Punkt bist, dann gerne, aber du musst halt für dich selber mal dir ein Ziel setzen. Ja, was soll so der monatliche Cashflow sein? Was will ich als Networth haben, dass ich so wirklich mal beruhigt feiern gehen kann? Ja, ohne im Hinterkopf zu haben, hey, ich könnte ja noch mal schon ein bisschen mehr Gas geben. Und ich sage nicht, dass man diesen krampfhaften Hustle haben muss, aber man sollte schon einen gewissen Ansporn und eine gewisse Dringlichkeit für sich selbst haben. Ja, Thema Journaling kann dann beispielsweise so aussehen. Mittlerweile schaut es bei mir deutlich umfangreicher aus. Ich habe nämlich noch viel, viel, viel mehr Zeit ins Thema Journaling reingesteckt. Ich werde auch bald ein Trading-Journal veröffentlichen, deswegen stay tuned. Aber das soll wirklich perfekt sein, top-notch sein und dann kann ich euch das gerne zur Verfügung kommen lassen. Ansonsten seht ihr hier schon Entry-Modelle, Trading-Types. Wir sehen hier verschiedene Trading-Währungspaare, Timeframes. Wir sehen verschiedene Sessions, Bullish-Bärisch, psychologische Fehler und so weiter. Und das Ganze ist aufgeteilt unter durchschnittliche Chancen- und Risikoverhältnisse. Das ist deine Win-Rate, die Anzahl der Trades und so siehst du, was funktioniert am besten für dich und was kannst du dementsprechend anpassen. Was ist die häufigste Fehlerquelle? Wie kannst du da einfach daraus lernen? Ein weiterer Punkt ist Risikomanagement. Dafür so ein paar Statements, die mich einfach gut inspiriert haben. Und zwar meinte hier George Soros, ohne Risiko gibt es keine Belohnung, aber um erfolgreich zu sein, müssen wir lernen, das Risiko zu managen, bevor es uns beherrscht. Und ein weiterer Satz von ihm, im Trading geht es nicht darum, wie oft du gewinnst, sondern wie du deine Verluste begrenzt. Und das ist auch komplett wahr, weil im Trading, wie gesagt, es kommt darauf an, wie du deine Verluste begrenzt. Und hier sind so verschiedene Risikomanagement-Strategien. Macht euch da gerne mal ein Screenshot, das relativ selbst erklären. Aber so könnt ihr beispielsweise mit einer Fremdkapital-Challenge sehr, sehr gut traden. Im Eigenkapital könnte ich ein komplettes Video machen über das Thema Risikomanagement. Aber das ist halt sehr wichtig, auch, dass du deine Numbers kennst. Wir haben hier zwei Statistiken. Einmal auf der linken Seite eine Statistik von einem Fremdkapitalanbieter über die Anzahl der Trades in einem Cycle und die Anzahl der Trader in der nächsten Spalte. Und hier seht ihr eine invertierte Skala, dass die wenigsten Trader drei bis fünf Trades haben, aber das sind diejenigen mit der höchsten Payout-Percentage. Im Gegensatz dazu, die meisten Trader, also über 1300 Trader, das sind über 34%, haben über 25 Trades in einem Cycle, aber einen Payout-Percentage von 2,4%. Bedeutet, und dafür muss man nicht studiert haben, ja, Qualität über Quantität. Simple as that. Auf der rechten Seite seht ihr dann auch, was ihr als durchschnittliches Chancen-Risiko-Verhältnis braucht, als Win-Rate braucht. Ja, Win-Rate, ganz simpel. Wenn du jetzt beispielsweise zehn Trades hast und du hast eine Trefferquote von 60%, dann gewinnst du sechs Trades und vier Stück verlierst du beispielsweise. Ja, das ist deine Win-Rate. Die Anzahl der Trades, die du gewinnst, ganz simpel. Ja, du tradest nie irgendwie auf einen, ja, du bist nicht profitabel, wenn du einen Trade verlierst und einen Trade gewinnst und bist auch nicht unprofitabel, wenn du einen Trade verlierst. Ja, das ist immer eine Konstante, ja, eine Period of Trade, ja, nicht irgendwie ein einzelner Trade. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, ja, dass du das einfach für dich ermittelst und dass du das Chancen-Risiko dir zunutze machst. Ja, über Trading-Psychologie könnte ich auch noch lange sprechen, ja. Ja, dazu habe ich aber auch auf meinem Kanal ein Video. Könnt ihr euch gerne mal das Trading-Psychologie-Bootcamp anschauen. Aber so viel auf jeden Fall dazu. Es sind sehr, sehr viele verschiedene Dinge, schon mal ein kleines Briefing. Aber schaut euch gerne das Video ausführlich an, weil wir wollen jetzt gleich weitermachen mit den Charts. Ja, weil dafür sind auch ganz, ganz viele Leute hier am Chart, dass wir halt wirklich an den Chart auch schauen können. Und deswegen gebt mir mal eine Sekunde, dann kann ich gleich alles vorbereiten. Ich hoffe, dem einen oder anderen hat es auf jeden Fall geholfen, ein bisschen Klarheit gegeben, nochmal gute Wiederholung. Und auch wenn es euch schon bekannt ist, ja, Wiederholung ist die Mutter von Erfolg. Deswegen seid einfach immer offen, da zu lernen. Wir sehen, FOMC hat uns auf jeden Fall vorhin gegönnt. Und der ganze Tag, die ganze Woche ist auf jeden Fall schon sehr, sehr gut. Wir können gerne bei Gold rein starten, wenn ich es eh gerade schon offen habe. War grundsätzlich ein sehr, sehr simpler Trade. Ich glaube, viele von euch haben den auch oder hätten den so ähnlich gemacht. Ich hatte zwei Trades, einmal hier nach diesem Inducement. Wir haben dieses High hier gespiked und von dort aus hatten wir dann diesen Liquidity Shift. Wir können es uns auch im Lower Time Frame anschauen. Dann sehen wir nochmal die Wiederholung von der Breaker Candle, weil das auch öfter mal diese Frage ist, was ist der Breaker und so weiter. Ihr seht hier beispielsweise, ja, diese letzte bärische Kerze, bevor der Bullish Move kam. Ja, und mit diesem Bullish Move haben wir dieses High hier gespiked. Danach haben wir den Drop. Und ihr seht hier auch noch im Lower Time Frame dann eine Fair Value Gap, das ist dann im M1 eine Fair Value Gap gewesen. Hier beispielsweise diesen Breaker. Und dann hat man die Möglichkeit, schon den ersten Trade, den habe ich gestern live in der Session mit einem Trading-Kollegen genommen. Das war ganz funny. Und dann hatten wir hier den Intraday Take Profit. Der ist dann auch zu einem späteren Zeitpunkt erreicht worden. Was dann aber interessant war, und es war dann der Haupttrade der Woche, der läuft auch immer noch, ist hier 50% von dieser Fair Value Gap, von dieser Imbalance hier. Und die 50% von dieser Fair Value Gap, Stop Loss über diesem High, ja, weil dieser dort hat diesen Order Block schon mitigiert. Deswegen können wir Stop Loss einfach über diesen Body machen. Und Take Profit haben wir, kann ich euch auch zeigen, da gehe ich immer in einen Higher Time Frame. Ich setze mir immer im Lower Time Frame beispielsweise meine Entries, aber mein Take Profit bleibt Higher Time Frame. Und hier war beispielsweise unter diesem Daily Low, ja, in dieser Imbalance, hier haben wir beispielsweise den Counter Point of Interest, das ist dann ein Order Block, dieser Daily Order Block. Von dort aus könnte der Markt wieder weiter bullish beispielsweise kommen. Und das ist dann der Counter Point. Und hier kann man auch Profite realisieren. Und hier seht ihr beispielsweise, das Ganze hat sich jetzt über die Woche ausgespielt. Und wie ich es auch schon öfter gesagt habe, wir haben häufig, ja, Dienstag, Mittwoch, High of the Week. Und hier seht ihr beispielsweise auch wieder Dienstag, High of the Week. Und von dort aus haben wir schöne Short Moves einfach traden können. Wenn wir uns mal Dollar anschauen, ich habe ja auch das Ganze in verschiedenen Outlooks so dokumentiert. Und auch in vergangenen Videos so angesprochen. Für mich ganz, ganz klar, wenn wir jetzt mal Top-Down-Analyse wieder machen, hier Manfleet Imbalance, wir kommen aus dieser Manfleet Imbalance raus. Und dort hatten wir dann eine Daily Order Block Reaktion von dort aus über diese Buy-Sat-Liquidity. Und mein Target, ja, was ich jetzt aktuell bullish beispielsweise habe, ist diese external, also Buy-Sat-Liquidity, external Liquidity und dann overall diese Daily Imbalance bei 1,09. Ja, und wie wir jetzt hier beispielsweise bullish das Ganze hätten traden können, das denke ich mal relativ selbsterklärend. Wir haben jetzt hier beispielsweise noch eine Reaktion bekommen von diesem Order Block. Und jetzt aktuell denke ich, dass wir diese Imbalance hier als Inversion-Fair-Value-Gap nutzen und dass wir das Ganze nutzen als Support. Ja, also das ist so aktuell meine Annahme. Ich glaube, die pushen auch mit den Präsidentschaftswahlen und so weiter über die nächsten Monate definitiv noch den Dollar. Und ja, was dann passiert, mag ich erst gar nicht sagen. Ansonsten ist das Video bald hier offline. Genau, aber ja, nächster Draw-On-Liquidity ist hier auf jeden Fall die H4 Imbalance. Hier dieser Breaker, also an diesem Punkt 1,05. Ja, könnt ihr auf jeden Fall 1,05, 100. Bin ich mir ziemlich sicher, dass wir da als nächstes hinkommen. Wie wir das auf Euro hätten mitnehmen können, Euro ist ja so mein Bread and Butter, so mein, wenn man so mag, mit Favorite-Pair, was ich auf jeden Fall zu Forex 80, 90 Prozent wahrscheinlich trade. Ihr seht hier die Daily Imbalance. Das war mein Draw-On-Liquidity. Das habe ich mir auch am Weekly Outlook. Ja, ich mache immer so ein Weekly Outlook-Video und so eine PDF für mich. Und da habe ich mir diesen Punkt hier markiert als Zone. Und das war so das Ziel. 1,3,0 war so das Ziel der Woche. Und wir sind jetzt auf dem besten Weg dorthin. Weil ich dachte mir, selbst wenn der Markt weiter bullish geht, Smart Money mag ja immer unter Lows kaufen. Und deswegen kommen wir hier safe in diese Daily Imbalance. Und deswegen war das ein Counter. Aber wichtig, wir haben hier auch dieses High-Induced. Wir waren hier nochmal in diesem Order-Block. Und wir sind overall, wenn wir uns wirklich die Overall-Structure anschauen, ja, dann haben wir deutliches Korrektur-Potenzial nochmal. Vor allem, wenn wir es kombinieren dann mit der Daily Imbalance, auch wieder bei DXY. Wenn DXY nach oben zieht, zieht der Euro nach unten. Und dann haben wir hier die genau gleiche Imbalance. Hier diese Self-Style-Liquidity. Und das hat wirklich einen Move, der noch hunderte Pips weg ist. Aber das habe ich ja schon auch immer hier gemacht, dass ich einfach langfristige Moves einfach auch analysiere und auch irgendwo predikte für mich selbst. Und jeder, der da mit-Trade magst, ist ja gerne. Man kann ja gerne zurückschauen, wie es so funktioniert hat. Und deswegen, das sind langfristige Moves. Das heißt nicht, dass ich den Trade dann irgendwie 600 Pips halte, aber ich habe eine Trade-Direction. Das bedeutet aber auch nicht, dass ich dann nicht mehr Bullish traden kann. Man kann auch Hedge-Trading machen. Man kann hier extrem gut Bullish traden. Man sollte halt einfach wissen, was erwarte ich für diese Woche. Und da können wir uns einfach mal jetzt mit M15, um mal ein bisschen reinzukommen, können wir uns verschiedene Dinge anschauen. Wir haben hier beispielsweise aktuelle Woche. Wir hatten den Weekly Open. Montag sind wir hier in diese Fair-Value-Gap reingekommen. Hatten am Montag beispielsweise diese Asia-Range-Manipulation. Wir sind erstmal über Midnight Open gekommen, haben die Asia-Range-Highs rausgenommen. Hier haben wir nochmal das Friday-High rausgenommen, also Friday-New-York-Session. Und von dort aus hatten wir dann eine New York-Continuation, beziehungsweise London-New York. Und New York hatten wir dann erstmal diese Reversal in diese Fair-Value-Gap. Von dort aus sind wir dann wieder weiter bärisch. War für mich relativ uninteressant, ehrlich gesagt. Warum? Weil ich trade immer erst ab Dienstag. Ja, wenn dann trade ich mit Montag New York-Session. Aber in allermeisten Fällen trade ich dann ab Dienstag. Und da kann ich euch auch sagen, wie ich beispielsweise den Trade geframed habe. Wie gesagt, langfristiges Target war eben diese Daily Imbalance. Die bleibt ja auch. Und dann habe ich einfach geschaut, okay, was haben wir jetzt beispielsweise hier für einen Order-Flow. Und wir haben hier jetzt beispielsweise reagiert. Und ich schaue sehr, sehr stark auf die Lunch-Hour auch. Ja, ich schaue, was hat Asia gemacht, was hat London gemacht. Und was macht vor allem dann diese Lunch-Hour. Und was haben wir für eine Price-Action. Und wenn ihr jetzt mal hier schaut, ja, wir hatten hier Asia-Range. Wir hatten keine Asia-Range-Manipulation. Das heißt, das Asia-Low ist noch offener. Wir haben hier diese Low-Resistance-Lows. Ja, weil ihr seht, das ist auch so Trendline-Liquidity und so weiter. Und dann müsst ihr halt immer schauen, wo haben die Breakout-Trader ihren SL. Bedeutet, ja, die ganzen Retailer, die jetzt Buy-Stops traden, ja, die haben über diesem High ihren Entry und den Stop-Loss unter diesem Low. Ja, und wir sagen ja immer, wo ist das Geld, wo ist die Liquidität. Und die Liquidität ist halt immer genau dort, wo die Retailer ihren Stop-Loss haben. Und deswegen warten wir ab, bis der Markt wieder an diese Imbalance kommt. Ja, die haben wir zu einem vorherigen Zeitpunkt schon mal angelaufen. Ist auch eine Multi-Time-Frame-Imbalance und so weiter. Ja, also starke Zone. Ja, von dort aus warten wir die Reaktion ab. Und jetzt wichtig, ja, wir haben ja dieses Low hier gehabt, was zu diesem High hier geführt hat. Ja, dann wieder Premium-Discount, 50% ungefähr da. Das heißt, das hier ist der Discount-Bereich. Und die einzig mögliche Reaktion, die wir erwartet hätten, ist hier unter diesem Low. Aber es gab keine Reaktion unter diesem Low. Es gab kein Displacement. Das Einzige, was wir gemacht haben, ist wieder hier in diese Inversion-Fair-Value-Gap zurückzukommen oder Reverse-Imbalance, wie es nennen magst. Meinst du das Smart Money eigentlich simpler zu machen? Aber es gibt so viele Begrifflichkeiten für die gleiche Sache eigentlich. Wir haben hier eine Imbalance auf der linken Seite. Und wenn wir die durchziehen, ja, und die durchbrochen wird, wird die zu einem späteren Zeitpunkt sehr, sehr häufig wieder angelaufen. Das war auch mein Entry. Stop das über dieses High. Also roundabout 5 Pips. Und Take Profit eben hier unten. Und das ist genau der Punkt, weil ihr könnt, ja, einfach solche Trades mitnehmen. Ihr müsst aber nicht dann, ja, den ganzen Trade durchhalten. Ich habe beispielsweise hier Partials genommen. Ja, wie kann man hier Partials nehmen? Man kann beispielsweise unter London Low Partials nehmen, 1 zu 3er. Man kann unter Asia Low Partials nehmen. Ja, oder man kann beispielsweise schauen, was ist hier noch? Ja, hier haben wir beispielsweise noch eine Fair-Value-Gap, Counterpoi, immer ein guter Punkt, um Profite rauszunehmen. Und deswegen hat man hier beispielsweise auch Profits nehmen können. Und dann seht ihr London Close. Ja, also hier 18 Uhr. Markt verliert Volatilität. Deswegen, was bringt es dir, teilweise dann über Nacht in einem Trade zu bleiben, ja, wo du einfach viel Overnight-Gebühren beispielsweise zahlst. Je nachdem, welchen Broker du halt nutzt, so whatever. Aber genau das ist halt der Punkt. Ja, bei vielen Fremdkapital-Anbietern beispielsweise hast du extrem, extrem hohe Overnight-Gebühren. Du wirst öfter mal noch komisch ausgespiked. Bei Eigenkapital, wenn du da einen guten Broker hast, dann hast du diese Struggles nicht. Aber bei Fremdkapital, und ich weiß, viele, die hier zuschauen, traden auch Fremdkapital. So positioniert hier 1 zu 5er, 1 zu 6er. Ihr verpasst nichts. Ihr könnt am nächsten Tag easygoing nochmal einen Trade finden. Und ich kann euch auch zeigen, wie beispielsweise heute war wirklich ein sehr glorreicher Tag. Und ich kann euch auch zeigen, wie er hier so eine Position stackt und wie ich dann auch schlussendlich trade. Und zwar erstmal Asia-Range. Ja, wir haben hier dann dieses Inducement. Die Frage kam heute auch schon öfter. Ja, aber wir haben ja nicht das Asia-Range High rausgenommen. Kommt auch auf den Broker an. Ich habe auch bei verschiedenen Brokern gesehen, dass das Asia-Range High gespiked worden ist. Aber nichtsdestotrotz, lass uns auf das Wesentliche fokussieren. Was sagt die Price Action? Ja, die Price Action hat hier das wahrscheinlich schönste Highest Probability Muster überhaupt gegeben. Und zwar haben wir hier einen Order Block, einen Breaker, eine Imbalance und zusätzlich noch dieses Inducement. Ja, das heißt, wir haben den Liquidity Spike. Wir haben hier mit dieser dunkelblauen Kerze den Breaker. Ja, was dann auch hier schlussendlich der Entry war. Plus wir haben hier diesen Order Block. Und das war der Einstieg. Stop Loss hier bei dem Breaker. Hier oben war natürlich das Inducement. Deswegen über dem Body Close. Macht keinen Sinn mehr, dass der Markt über dieses High hier kommt. Unnötig. Ja, unlogisch. Höchstens kommt er nochmal 50% von diesem Breaker. Aber wenn du einen Stop Loss hier drüber machst, bist du komplett abgesichert. Ja, dann war das der erste Entry. Ja, wenn du den jetzt beispielsweise verpasst hast, dann ist es gar kein Stress, weil du kannst dann theoretisch dir direkt den nächsten Entry machen. Wo kannst du den nächsten Entry machen? Entweder Inversion Fair Value Gap wieder. Ja, du siehst, diese Fair Value Gap beispielsweise wird gebrochen. Ja, danach haben wir wieder den Retest. Und danach kommt wieder der nächste Bruch. Ja, das heißt, das hier ist dann das fraktale High. Als erstes war es das, dann war es das, dann war es das. Jetzt ist es das geworden. Und dann wird es zu dem. Und es ist immer beispielsweise die Mitigation an einem Breaker, an einem Order Block und Fair Value Gap. Wenn ihr das hier auf einem Moment habt, dann ist es wirklich immer ein sehr, sehr cleaner Order Flow. Und generell, so als Grundregel, an einem bärischen Order Flow reagiert der Markt an bullischen Kerzen und über Highs. Ja, hier seht ihr beispielsweise, der Markt reagiert über diesen Highs. Ja, spike noch diese Buy-Side-Equility, geht dann beispielsweise unter Lows. Ja, von dort aus haben wir hier wieder diesen Breaker. Sieht man hier, wird gemitigated und wir reagieren wieder über Highs. Über dem High, über dem High, über dem High. Es wird wieder induced, von dort aus haben wir den Drop. Ja, und so kannst du immer deine Position stacken. Und was ich beispielsweise mache, wenn ich jetzt hier einen Entry finde, dann kann ich, nachdem wir das nächste Low gebrochen haben, mit dem ja Break-Even gehen. Dann kann ich mir hier den nächsten Entry suchen, theoretisch hier den nächsten Entry suchen. Und immer sobald wir das fraktale Low haben, kann ich Break-Even gehen. Dann ist mein tatsächliches Risikomarkt immer das Gleiche, ja, aber andersrum. Ja, ich habe ursprünglich, ja beispielsweise hier 1%, 1%, 1%. Dadurch, dass ich aber die ersten zwei Break-Even gezogen bin, habe ich dieses Risiko ja gar nicht mehr tatsächlich. Sondern nur noch beispielsweise das Risiko von 1%. Alles andere ist ja schon Break-Even. Oder ich habe schon meine Profite realisiert oder Teilprofite. Und so kann man eine Position, das nennt sich stacken, und halt aufbauen. Genauso wie du beispielsweise dann dich gegenseitig absichern kannst, indem du hier so einen Long beispielsweise mitnimmst. Indem du wieder von diesem High zu diesem Low weißt, hey, der Markt muss wieder zurückkommen zum Premium- oder Discount-Bereich. Ja, und dann kannst du dem Minimum 50% ziehen. Und hier auch wieder durch diese Lower-Time-Frame-Structure, wir schauen es uns jetzt nicht immer immer eins an, aber da findet ihr auch wieder Longs. Und so könnt ihr auch hatchen. Das heißt, ihr könnt theoretisch Smart Money, ja, da die Märkte fraktal sind, das bedeutet alles, was im Higher-Time-Frame funktioniert, funktioniert auch im Lower-Time-Frame. So, ihr könnt dieses Smart Money-Konzept immer einfach anwenden und immer für euch nutzen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, ja, wie vielseitig einfach Trading sein kann. Und das kannst du über mehrere Währungspaare auch hinweg machen. Das spielt gar keine Rolle, ob du jetzt beispielsweise mit Euro-Traders, ob das jetzt Gold ist, ob das jetzt beispielsweise Bitcoin ist. Du kannst theoretisch alles für dich traden. Ja, also das ist auch eine wichtige Sache. Vor allem, wenn man sich die Daily Range anschaut von verschiedenen Währungspaaren. Es gibt hier eine Seite, die heißt, kennt ihr bestimmt, investing.com, habt ihr schon mal gehört? Und da gibt es beispielsweise eine Seite, da seht ihr hier bei den Tools die Currency Volatility. Ja, und hier seht ihr beispielsweise, dass Euro-US-Dollar im Durchschnitt der letzten 10 Wochen 60 Pips zurückgelegt hat oder 58. Ja, und wenn ihr jetzt beispielsweise mal auf 20 Handelstage rechnet, ihr habt jetzt 20 Handelstage und ihr habt, lasst uns sagen, 60 Pips, dann habt ihr im Grunde genommen 1200 Pips, die ihr im Monat potenziell catchen könnt. Ja, könnt ihr da alle catchen? Wahrscheinlich eher nicht. Ja, wenn ihr jetzt aber beispielsweise Bitcoin tradert, dann hatten wir alleine, ja, nur mit dieser M15 Bewegung 1000 Pips, 1080. Und es hat sich abgespielt innerhalb von einer Stunde im M5. Ja, und das ist halt genau das Potenzial hinter Krypto. Ja, Krypto ist halt Trading auf Steroiden. Und vor allem, wenn du es schaffst, Bitcoin im M1 zu traden und trotzdem diese Spring Targets hast, mein Mentor hat 1 zu 300er CAV damit gecatcht. So, und das sage ich nicht, um ihn jetzt irgendwie auf den Podest zu stellen, ich sage nicht mal seinen Namen, aber Leute, es ist einfach crazy, ja, wenn ihr wisst, was damit abgeht. Bitcoin ist wirklich, ohne dass ihr jetzt Bitcoin Investor sein müsst, aber Bitcoin Trading macht halt einfach extrem viel Sinn. Für mich der nächste Poi ist hier unten, dass wir nochmal zurück an diese Zone kommen. Und hier seht ihr auch vergangene Trades, ja, die sind immer clean durchgelaufen, hier 3600, hier beispielsweise 4600 Pips. Und natürlich hast du teilweise einen größeren Stop Loss, ja, aber es ist halt nicht die Norm. Ja, du kannst halt, wie gesagt, nicht nur Swing Trades, sondern auch beispielsweise Skype Trades machen. Weil im M1, wie gesagt, merkt, das ist ein Fraktal, das ist immer genau dasselbe. Wenn wir uns jetzt mal hier beispielsweise die, keine Ahnung, wir können uns jede Session theoretisch anschauen, weil Bitcoin geht immer, du kannst immer theoretisch traden, wenn du magst. Aber wenn wir uns jetzt einfach mal das hier anschauen. So, dann siehst du auch wieder hier, wir haben beispielsweise diese ganze bärische Struktur, könnte ich jetzt auch durchgehen, aber danach haben wir dieses High hier beispielsweise gebrochen. Das heißt, wir sind in einem Order Flow Shift. Was zu erwarten ist, ist, dass wir ein nächstes High, High machen. Und dann kann man sich auch anschauen, ja, wir haben diese Range von diesem Low zu diesem High. Was ist dann Premium Discount? Dann kann man beispielsweise schauen, 50% ist unter diesem Low. Was haben wir hier? Fair Value Gap. Wir haben hier beispielsweise eine BPR. Wir haben hier beispielsweise wieder den Order Block. Ja, deswegen kann man hier beispielsweise einen Order Block nehmen. Dann kann man den Stop Loss hier da runterpacken. Und dann kann man auch schauen, ja, entweder du packst den Stop Loss hier da runter, oder du schaust halt wirklich, was ist schon mitigiert. Ja, und dann schau einfach im M1 auf die Dochte. Ja, die Dochte sind nur Manipulation. Da muss der Markt theoretisch nicht mehr zurückkommen. Ja, deswegen kannst du Stop Loss nicht unter dieses Low packen, sondern theoretisch unter dieses Low. Und dann siehst du, du hast einen 40 Pips SL. Dafür, dass du, und wenn du einer kursbringenden Wert gibst von einem Euro, okay, dann hast du hier 40 Euro potenziell verloren. Dafür, dass du aber beispielsweise hier über dieses High kommst und dann einen 1 zu 10er mitnimmst und dir halt einfach über 400 sicherst. Ja, das heißt, du kannst halt relativ, ja, zügig zu jeder Uhrzeit theoretisch traden. Weil hier beispielsweise war 6.40 Uhr. Ja, welches Währungspaar macht um 6.40 Uhr irgendwie, keine Ahnung, was waren das hier? Muss gerade schauen. 800 Pips. So, es gibt halt dort viel Potenzial. Ja, und das würde ich euch auch nochmal sagen. Deswegen, mehrere Währungspaare, fokussiert euch auf meinetwegen eine Handvoll. Ihr müsst nicht unglaublich viele verschiedene Währungspaare haben. Das ist auch so ein Paradox. Ja, more trades does not mean more money. Ganz, ganz wichtig. Und da würde ich einfach euch den Tipp geben, dass ihr immer genau am Start seid. Hier gerade nochmal zu Dollar, wie wir am Anfang der Session gesagt haben, dass ich jetzt hier denke, dass wir zu der H4-Imbalance kommen. Hier auf diese Kerze nochmal zurück und Euro meldet. Und da denke ich, dass wir hier diese Imbalance holen werden. Ja, da kann man sich mal einen Alarm setzen, weil unter diesem Low werde ich auf jeden Fall einen Großteil der Profite rausnehmen. Natürlich kann man dann auch noch einen Runner laufen lassen, ja, von 10, 20 Prozent mit der Annahme, dass wir hier runterkommen und so weiter. Aber ich bin da grundsätzlich schon happy mit. Das hat ganz gut funktioniert. Genau, Leute. Habt ihr irgendwelche Fragen? Irgendwas, wo ihr was braucht? Dann schreibt es gerne in den Chat. Und ansonsten danke euch schon mal für die Aufmerksamkeit, dass ihr hier am Start wart.